Das Hotel Farost Exim liegt in Exim in Istanbul. Das Hotel Farost Exim ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die zwei Gäste, die das Hotel bewertet haben, vergeben durchschnittlich 5,5 von 6 Sonnen. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur zwei Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Service. Für den hervorragenden Service dieses Hotels bedanken sich die Gäste mit 6 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5,4 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,4 von 6 Sonnen vergeben. Zimmer. Sauberkeit. Häufiger Wäschewechsel. Gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon. Das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,3 von 6 Sonnen. Gastronomie. Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5,3 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.